Das sind noch drei Lebende. Ich geh mal. Muss eine andere Waffe haben. Ich muss aufpassen, dass bei mir nicht ein Zombie loskommt. Schöne Sternchen. Wenn ich nur wüsste, wo ich bin. Einfach der Nase noch. Wie geht's noch? Wieso lebt ihr? Jetzt sind drei neue. Ah ja, hier ist die Busstation. Diese hier. Ja, wir machen mal was. Nein, ich habe keine Muni. Es geht nicht. Es geht nicht. Ich habe einfach keine Muni. Wieso? Es ist eine Muni. Warte mal. Ich überlege mal was. Ich gehe lieber dorthin, wo ich weiss, wo ich entlanglaufen muss. Ich weiss, ich könnte dort einen schnelleren Weg holen, oder? Ah nein, es ist ja hier schon die Abkürzung. Jetzt gehe ich... 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 Ja, die Stadt ist schon sehr... Wie sagt man? Wie sagt man? Sehr bequem. So, so. Gehen wir zur Box. 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 5000 brauche ich. Um zu Bunschen. 2,5 für den Chugger, wenn es mich umhaut. Und vielleicht schaffe ich wieder aufzustehen. Ausser der Elektro-Idiot kommt. Jaaa. Dann habe ich die MP. Dann versuchen wir es mal. Ich hoffe, ich suck nicht. So, wären wir da. Also, dass man schneller ist. Ah, hier kommt er. Wer habe ich genug? Ja, ich habe alle, glaube. Okay. Es sind drei. Ich muss zwei killen. Jetzt kommen sie von hier. Die Serge. Die Masche. Uh, die Giriconi. Ja, ist schon immer das Gleiche. Uh. Du. Nein, ich darf die nicht nehmen. Ich brauche die MP. Ja, du kannst gehen. Hey. Ja, schön. Das gefällt mir. Aber ich muss sicher sein. Ist nur einer hier. Sicher. Nein. Nein. Wo ist der Knallkopf hin? Nicht meine Turbine zerstören. Äh. Es klingt nicht so. Dass er sie zerstört. Okay. Was soll das? Oh mein Gott. Ich bin falsch. Oh mein Gott. Ich weiss gar nicht, wo ich bin. Bin ich richtig? Ja. Ich denke schon. Doch. Es geht bergauf. Jetzt kommt da die Lampe. Ja genau. Nach der Lampe muss ich etwas rechts rüber ziehen. Aber noch nicht. Erst danach. Ich muss die LMG hier. Ah. Hier rüber ziehen. So. Oh je. So. Und ich bin dort. Ja. Nein. Jetzt komme ich nicht mehr so rein. Ah doch komme ich. Dass man auf die andere Seite nicht reinkommt, finde ich etwas lächerlich. Ich weiß nicht. Hat er sie jetzt kaputt gemacht? Ich weiss nicht. Scheisse. Für nichts. Für nichts. Und wieder nichts. Ja, ich hab's gekillt! IMP! Ich war ein bisschen zu früh dran, glaube ich, für das Erste. Jetzt bin ich schon wieder hier in der Stadt. Ich hab gesagt, ich wollte das irgendwo anders machen. Mann, der... der... der saugt, die Ware! Ja, ja, mach sie! Kill sie! Boom! Nein! Er erwischt sie dich mal! Oh Mann, was für ein Armleuchter! Schlimmer als ich! Ich hab dich schon gesehen, oder? Ist gar nicht so blöd! Und... herum... Nein, aber warum ist sie jetzt wieder nicht gegangen? Ist sie nicht richtig gesetzt gewesen, oder was? Oh, shit! Die Bässe! Oh, shit! Ja, er muss eben dort sein. Das hab ich schon gesagt. Ähm... Wo der Jugger ist. Und wenn man das nicht... auch etwas anderes machen kann, dann dort, wo die Box ist. Und wo ist die Box? Ja, wir wissen es, he? Soll ich dort versuchen, mal zu rapen? Ja, warum nicht? Sonst geht das... Zu lange! Viel zu lange! Ah, schon wieder kommt was raus! Gut, bei der Garage habt ihr gesehen? Einen Busdepot... Ja, auch nicht zu viel! Bei der Farm habt ihr nie gesehen. Aber das mach ich lieber ein Überleben, oder so. Aber ich weiss nicht, ob das jemand gefällt. Ihr könnt es mal unten, äh... unten reinschreiben. Ob ihr, äh... Farm über Leben sehen wollt. Also sicherlich... Wegen... All Waffen zu punchen. Das ist sicherlich das, äh... Interessanteste. Vielleicht mach ich wieder Black Ops 1. Das könnt ihr mir ja sagen. Ob ihr das haben wollt. Ich weiss nicht. Aber Transit geht auch so etwas lange. Oh, was war das? Ah, Atombombe, nein. Muss ich meinen Hals nicht riskieren, oder? Ja, doch, kurz. Man weiss ja nie. Kann ich auch hier rausgehen. Uh, was ist das? Noch mal eine. Ich hätte auch warten können. Aber äh... Lieber schneller fertig als nicht. Weil 25, da gibt es so viele Spawns. Mann, Madonna, hey. Braucht das viel. Oh, sie kommen schon. Muss weg. Kein Double Tape und keine gebanschte Waffe. Double Tape wäre... Äh... Bei der Farm zu kaufen. Kann dort auch eine Waffe deponieren und kaufen. Aber äh... Pfff... Ah, es führt zu weit. Es führt zu weit, Leute. Ja, langsam bin ich zu... Vorbei, die Maus. Ich habe eine gute Idee. Ich gehe... Wo die Box ist. Ah, wo die Box ist. Ah, wo die Box ist. Ah, wo die Box ist. Okay... Ah, wo die Box ist. Unterhose Scharke. Was habe ich? Ja, machen wir bei der Box. Also draussen. Aber da brauche ich. Was brauche ich da Schönes? Mal schauen. Ja man darf keine Zeit mehr. Die Zombies werden auch immer schneller. Keine Zeit. Versäumen. Verpulvern. Komm geh geh. Das wäre gefährlich. Wenn jetzt viele Zombies gekommen wären, wäre ich am Arsch gewesen. Was habe ich überhaupt noch? Geh mal kurz weg. Ich muss mal schauen. Ja ich hätte kaufen können. Ja noch was sonst. So. Gut auch unter uns. Ich habe das auch nur geschafft hier. Weil ich auf der Bank Kohle habe. Sonst hätte ich das nicht geschafft. Da muss man so viel Glück haben. Und letztes Mal hat mich ja der Scheiss Ding gekillt da. Scheiss Elektro. Der Elektro Zombie. Ja jetzt kann ich hier kein Rapetrain machen. Weil ein LMG brauche ich hier mindestens. Ich muss zuerst mal schauen wohin sie geht. Ich muss zuerst mal schauen wohin sie geht. Ich muss zuerst mal schauen wohin sie geht. Ich muss sich da herumrennen für nichts. Oder sieht man das nicht hier? Ja gut das geht schon eine Weile bis sie kommt. Es kann natürlich auch sein dass man es gar nicht sieht. Es ist in der Stadt. Okay mal hier ist sicher falsch. Ah dort. Äh sie ist in der Stadt. Sie ist in der Stadt. In der Stadt. Äh ich bin falsch. Ein hier und her Geren. Ja aber jetzt mache ich. Jetzt mache ich nicht mehr in der Stadt. Das ist langweilig. Äh Busdepot genau. Ich mache mal Busdepot. Da muss ich nicht zu weit rennen. Und hier wieder zurück rennen. Kotzt mich ein bisschen an. Uuuuh. Cool ey wenn ich nur so gut wäre im Multiplayer zu treffen. Bla bla bla. Oh wo ist der? Shit. Ich habe ihn verpasst. Wo ist das Ding? Ah ok. Äh. Hä was soll das? Ich habe jetzt gedacht sie wären hier. Ich habe doch das Licht gesehen. Ich habe doch das Licht gesehen. Ich habe das Licht gesehen. So rennt man nicht schnell. So rennt man schneller. Oder irre ich mich? So durch bin ich jetzt noch nie. Das ist jetzt das erste Mal dass ich jetzt so stark nach rechts gehe. Das kann die Farm sein. Nein. Nein Busdepot. Ich schnau es schon nicht. Ich schnau es schon nicht. Ich kann es nicht nehmen. Ich kann es nicht nehmen. Ich kann es nicht nehmen. Ehre wort. Ich kann es nicht nehmen. Es kommt nicht eh zu nehmen. Ich kann es nicht nehmen. Nein effektiv jetzt. Schaut mal. Ich kann es nicht nehmen. Es würde eh kommen. Warte mal. Ich muss es mal wechseln. Jetzt müssen wir mal sehen. Schaut mal her. E. Seht ihr? Ich drücke E. Okay. Jetzt gehe ich hin. Jetzt habe ich E. Ah ich musste tauschen. Irgendein Glitch. Aber habt ihr das gesehen zuerst? Ihr könnt es ja nochmals wiederholen. Ich musste zuerst switchen. Und dann wieder rein. Okay. Ähm. Vielleicht komme ich weiter. Ich weiss ja nicht. Vielleicht. Wie soll ich da? Was ich gemacht hatte ist hier durch. Ist das gut gegangen dort durch? Hier durch geht es hier gut. Hier kenne ich mich nicht aus. Nein. Nein. Ich gehe wieder dort hinten. Oh shit. Pass auf ey Junge. Warte mal. Ich versuche hier ein bisschen. Mann die sind aggressiv ey. Die sind scheiss aggressiv. Ein bisschen mehr. Risiko spielen. Ja. Hey Mann. Wie viele kriechen hier. Darum mit der Reihe spiele ich gar nicht gerne. Ich kann es euch sagen. Oh der Busse kommt. Der Busse kommt. Der Busse auch kommt. der Busse kommt. Ich kann es nicht sein. Ich kann es machen. Ich kann es nicht vergessen. Nein... ...macht nicht bum bum oba der macht bum bum. Auch nicht. Oh nein 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 nein. Musst auch diessen hinter mir. Ohoah! Schön! So schön ist die Freude. Jetzt hätte ich fast gekauft, ich kann es euch sagen. Und jump! Yes, Baby! Ja, fahr lieber weg. Ich habe hier etwas Mühe. Fahr endlich! Oh Mann, was macht der noch so lange? Scheiss Post-Auto. Das ist ein Müll. Oh, Totengrind. Wäre noch cool, wenn ich den erreichen könnte, irgendwie. So. Oh, der Letzte. Ist das der Letzte? Süsse? Süsse? Ja, er ist der Letzte. Was haben wir da? Uh, jetzt gehe ich wieder dorthin, wo die Box geht. Ja, ist eine Herausforderung. Soweit es so gut geht. Wenn es wirklich so weiter geht. Wien. 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 Oh mein Gott, hier geht es noch. Shit. Oh nein. Nein. Es ist ja noch einfacher als Überleben. Dann kann man einfach aus den Map rausrennen. Ist ja ein bisschen lächerlich, nicht wahr? Wir gucken uns nicht auf der Tür vor. Oh shit! Weg, weg. Wuuu. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ich wollte ein bisschen spielen. Ja, ein bisschen spielen. Ja, was macht man hier? Ich habe keine Ahnung, was ich mache und so. Moment. Ich muss mal da durch. Oh, es ist ja fertig! Ich traurige Idiot! So. Ja, ich gehe mal. Ich versuche es mal. Vielleicht habe ich Glück. Oh, shit! Ja, ich könnte es schaffen. Wenn hier niemand kommt. Warte mal. Oh nein, hier ist... Ah, hier ist was Brödes. Ah, ja. Warte mal langsam. Da kann ich drüber rennen, nehme ich an. Warte, nehmen wir diese hier vor. Jetzt kommt es drauf an. So, jetzt. Renn! Ah, ja. Ich habe es gedacht, das geht nicht. Aber trotzdem irgendwie versuchen. Okay, ich hoffe es hat euch Spass gemacht. Ich wünsche euch und Tschüss! Und jetzt. Und jetzt.